Tödlicher Verkehrsunfall auf der A5 bei Frankfurt Am Freitag, den 8. Juli 2022, gegen 13.40 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt ein tödlicher Verkehrsunfall. Zu dem genannten Zeitpunkt war ein 48-Jähriger mit seinem LKW auf der rechten Fahrspur unterwegs. Neben ihm, auf der Ausfahrt zur A66, fuhr ein Mercedes-PKW. Nach den bis jetzt vorliegenden Erkenntnissen kam es zwischen diesen beiden Fahrzeugen zu einer Berührung, aufgrund derer der Mercedes wieder zurück nach links auf die Hauptfahrbahn schleuderte. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Motorradfahrer, der vermutlich auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs war. Der 68-jährige Motorradfahrer kam zu Fall und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Die Autobahn 5 musste zunächst komplett gesperrt werden und es entstand ein Stau bis zum Bad Homburger Kreuz, von wo der nachfolgende Verkehr abgeleitet wurde. Ab ca. 15 Uhr und 20 Minuten konnte die linke Fahrspur wieder geöffnet werden. Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich mit ihrer Autobahnstation unter der Telefonnummer 0697 554 6400 in Verbindung zu setzen. Die Autobahn 5